Oder uns teilhaben zu lassen, wir können das über das Mikrofon machen. Finde ich jetzt auch spannend. Kuriose Szene im Bundestag. Bei der aktuellen Stunde zur Personalpolitik im Wirtschaftsministerium sprach unter anderem der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban. Er kritisierte die personellen Verflechtungen um Robert Habeck, Staatssekretär Patrick Reichen. Nach seiner Rede kehrte Kuban zu seinem Platz zurück, als Habeck plötzlich aufstand und zu ihm ging. Dies bemerkte auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Ich darf die beiden Kolleginnen und Kollegen Herrn Minister Habeck und Herrn Kuban bitten, ihre Diskussion nach draußen zu verlagern oder uns teilhaben zu lassen. Wir können das über das Mikrofon machen. Finde ich jetzt auch spannend. Kubickis Aufforderung kamen der Wirtschaftsminister und der CDU-Abgeordnete jedoch nicht nach. Was sie genau besprachen, ist nicht bekannt.